Und willkommen, meine Lieben, zum ersten Spiel des heutigen Abends. Der Vitala gegen den Dark Rook in der ersten Liga. Und meine Lieben, ich habe euch ja angekündigt, in den Ligen ist es richtig, richtig spannend. Und wir gucken uns jetzt gleich mal direkt die Tabelle der ersten Liga an. Guckt euch das mal bitte an. Aktueller Stand der Halbzeit hier, meine Lieben. Sunny, der sogenannte Herbstmeister jetzt. Oh, gleich abgebrochen die Zap. Danke dir, Heiko. Sunny aktuell, Herbstmeister mit 34 Zählern. Ungeschlagen in dieser Saison. Unglaublich. Aber hier geht es um Vitala und um den Dark Rook. Und der Dark Rook auf Platz 7. Teilt sich hier Platz mit dem Notfallplan aktuell. Mit 3 Siegen, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen, 21 Punkten. Und der Vitala auf Platz 10 mit 12 Spielen, 4 Siegen, 0 Unentschieden. Noch kein Unentschieden erreicht. 8 Niederlagen mit 20 Zählern. Beide immer noch ordentliche Möglichkeiten, oben ranzukommen. Und nur unten. Da sieht es ein bisschen lichterlos. Ramat, du musst über deinen Klassenerhalt kämpfen, mein Lieber. Sehe ich schon. Lass uns losgehen. Ab ins Match. Und wir müssen das Match mal anschauen, wie es um den beiden bestellt ist. Und hier sehen wir den Dark Rook. Der in Rot gestartet ist mit den Sowjets. Man sieht schon, er baut sich so langsam nach unten in die Richtung zum nächsten Erzfeld. Und Vitala aktuell mit der besseren Position. Auf jeden Fall die bessere Startposition links hier in Gelb mit den Alliierten. Und da muss ich sagen, der hat es richtig gut. Er kommt genauso schnell, in Anführungsstrichen, wieder Dark Rook zum Erzfeld. Er hat nur einen Vorteil. Und das haben wir am Freitag im Bootcamp ja schön gut gesehen. Was haben wir daraus gelernt? Dass die mittlere Position bei solch einer Map zum Beispiel die bessere ist, weil man schon eine vorhandene Front Base hier hat. Man kann sich viel leichter nach hinten expandieren oder nach hinten fallen lassen und Ruhe haben. Und zu Anfangs hier schon eine ordentliche Dev aufbauen mit dieser Front Base, die eigentlich die Main Base ist. Und das hat sich herausgestellt bei vielen, vielen Spielen, dass das ein klarer Vorteil sein kann. Nicht immer, aber kann. Rapfeld haben wir hier schon gebaut beim Vitala. Das heißt, er kann schon mit dem nächsten Bauhof hier gleich in Produktion starten. Ich denke mal, der Dark Rook. Müssen wir mal gucken. Jetzt hat er erst Rapfeld gebaut. Also aktuell kleiner Zeitfortsprung von dem Vitala. Und mit dem verkauften Rapfeld hat er ein paar Einheiten zur Verfügung gestellt bekommen. Die entsendet er jetzt gerade zum Scouten. Einmal nach oben und zweimal nach oben. Da ist Dark Rook im Übrigen auch. Das hat mich wahrgenommen, dass hier der Vitala sich gerade nach oben baut. Aber jetzt dürfte er es gleich sehen. Und Vitala ist schon am Jamfield dran. Ich denke mal, dass er jetzt schon mit der Raffenerie hier in Produktion startet. Mal sehen, wer zuerst die Raff hat. Ich denke mal, das wird... Oh, nee. Das wird Vitala sein. Okay, weil Dark Rook ist erst aufs Radar gekommen. Problem bei solch einer geschlängelten Formation ist, man ist breit angreifbar. Also egal, wo du reinfährst, du kannst den Gegner ordentlich Schaden hier einkassieren. Da muss man schon gut aufgestellt sein. Da ist die Position von Vitala besser. Also deutlich aufgrund dieser engen Geschichten. Er hat sich nämlich hier nur ein bisschen weggeschränkt. Wobei, es ist fast dasselbe bei denen. Nur optisch gesehen hat er hier die breitere Front hier. Wobei, wenn man sich das hier unten mal anschaut, ist hier auch noch eine Front auf. Das gleicht sich. Da kommt auch der nächste Bauhof vor dem Vitala. Und Dark Rook hat den tatsächlich doch zuerst stehen. Dann erst bezogen sich auf die Raff. Die Raff ist jetzt zuerst bei einem Vitala da gewesen. Bei Dark Rook kam die erst danach. Oh, meine mit ordentlichem Money Boost. Und unten. Uiuiui, die dritte. Die dritte, okay. Das war die dritte da oben. Das war die zweite hier. Der ist fix unterwegs. Da könnte man auch Dark Rook im dritten Bauhof. Man schickt auch schon so ein paar Schützen hier übers Feld. Links zu drei, vier. Links zu drei, vier. Lauf mal los. Oh, nächste Raff. Perfekt positioniert. Schön da vorgestellt. Aber das gibt gleich ordentlich Money Boost hier beim Vitala. Dark Rook aktuell nur mit einem Gem fällt. In Belagerung. Und wenn man jetzt mal unten schaut, ist der Vitala hier mit dem Bauhof auch beim nächsten Gem fällt. Und der Dark Rook, der will nämlich auch dahin. Der will auch dahin. Der baut, denke ich mal, hier zwischendurch meine Raff. Und fährt weiter. Oder er lässt hier stehen. Aber ich denke mal, er hat noch mal daran vorbeigesegelt. Und ja, genau. Nicht mit dem MBF. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Macht das bitte nie mit dem MBF. Die Wahrscheinlichkeit hat sich in letzter Zeit ziemlich ernst hoch erwiesen, dass man mit dem MBF auf der Explosionskiste kommt. Aber in dem Sinne war es jetzt nicht. Dark Rook aufgepasst. In der Kiste war ein schwerer Panzer. Und hier oben links. Guckt euch das mal an. Der Vitala hat sich oben auch ordentlich bereit gemacht. Er steht gut da, der Vitala. Dark Rook aber jetzt mittlerweile gefühlt ein bisschen besser defensiv gestellt. Er könnte hier ordentlich verteidigen. Er hat hier auch die Kaserne schon. Hier eine Waffenfabrik. Hier oben. Na gut, dann haben wir auch eine Kaserne bei Vitala. Und auch hier unten hat er ja schon eine Waffenfabrik. Also meine Lieben, ihr kriegt ordentlich Verstärkung für die nächste Season. Unwahrscheinlich viele Neuanmeldungen haben wir. Und wir haben noch gerade mal die Hälfte der Season 5. Und sind, glaube ich, schon bei 60 Neuanmeldungen schon. Ah ne, insgesamt 60 Anmeldungen und ich glaube schon über 40 Neuanmeldungen. Also neue Spieler, die in den Ligen dazukommen. Das geht wahrscheinlich zur Herbstseason richtig ab bei uns. Und da sind auch sehr, sehr viele starke Sowjet-Spieler. Oh, gut gemacht vom Dark Rook. Völlig erlaubt, alles super. Und setzt auch gleich hier einen Flammturm. Das macht der gut. Ah, gleich die dicke Brust zeigen. Hier kommst du nicht durch, mein Lieber. Und auch von beiden Seiten gleich im Twix-Format hier. Das nennt man Sandwich. Eieiei, das ist fies. Und jetzt produziert er doch fleißig raus. Ich glaube, jetzt hat er gerade aufgehört. Sorry, leider erlaubt. Finde ich gut. So, und Wetten gibt's, meine Lieben. Laufen jetzt noch aktuell zweieinhalb Minuten. Ja, und Vitala weiß hier unten schon Bescheid. Er sollte aber allerdings mal hier oben ein bisschen Gas geben. Denn da macht sich Dark Rook hier schon auf den Weg. Und wenn man sich das mal anschaut, wie der Vitala hier gerade schon steht, da produziert auch schon ein bisschen was. Aber auch aktuell nur Infanteristen. Und hier ist alles offen. Da kann Dark Rook ziemlich leicht rein. Ich vermute aber, dass Vitala durch die falsche Seite hier rein möchte. Ich würde gar nicht hier probieren. Da setzt er nämlich jetzt noch Verteidigung auf. Aktuell aber noch keine Waffen verbaut hier. Also kann hier noch keine Panzer zur Verstärkung hinstellen. Ah, das wird spannend. Das wird spannend in der Startphase. Weil man sieht hier flächendeckend, Vitala bäumt sich hier schon überall auf. Ganz rechts hier einmal. Hier noch nicht. Hier hat er noch alles geöffnet. Also hier kann noch locker der Dark Rook hier gleich rein marschieren. Guck mal. Ich werde dran vorbei, der Vitala. Ich werde einfach rechts dran vorbei. Nachher haben ein paar Finding-Probleme. Die Schützen schicken da auch nochmal nach. Ah, wie reagiert Dark Rook darauf? Ich denke mal, die Sicht wird er da rechts nicht haben. Oh, da kommt ein Drop. Da kommt ein Drop. Oh, ja, nicht mal verkehrt taktisch, der gut. Hier kann er locker links die RAF nehmen. Mal sehen, ob er die schon erkundet hat. Hat er ein Spionageflugzeug, hat er? Jo, hat er. Er hat ein Flughafen, ist da. Kann er also mit dem Spionageflugzeug erkunden. Geht er jetzt auch schon auf Mix mittlerweile. Au, au. So, cooldown. Eine Minute noch. Ich gucke mal gerade auf die Minimap. Das wird eine ganz spannende Geschichte hier. Die sind überall breit aufgestellt. Und man sieht jetzt die Vorteilsposition von Vitala, weil er durch die Mitte gestartet hat. Das guckt mal hin. Er kann nach hinten. Er hat hier locker, hatte ich gemacht. Hier und hinten hat er so viel Ruhe. Er kann dann nebenbei noch seine Base aufbauen. Das ist völlig entspannt. Das liegt halt an der Position, man sieht, wie Darkoruk hier von Vitala ab mehr oder weniger eingekesselt wird. Das sieht nicht gut aus hier. Gab es, gab es eine gelbe? Nicht das, was er sich hier wieder hochgehalten hat. Oh, oh. Ich habe den nicht gelb gesehen. Direkte grün. Das wäre ärgerlich. Weil das wäre jetzt schon ein Minuspunkt. So, Cooldown ist um. Sie dürfen angreifen. Sammler auf gelb geschossen, Christian. Okay. Dann ist das schon mal eine gelbe hier für die Vitala. Danke dir auch, Ramat. Das ist natürlich ärgerlich. Weil von der Positionierung her und vom Aufbau ist der Vitala hier schon in Führung. Darkoruk steht hier unter Zugzwang. Aber er hat hier auch die sehr starken Sowjets. Das darf man nicht vergessen. Und gegen die Türken haben wir die Sowjets schon eine gute Chance. So, und jetzt geht es hier schon mal ab. Hier baut Vitala sich langsam hoch. Und hier unten ist er schon unterwegs mit den Schützen auf. Giraffe. Und Giraffe ist auch gleich dahin. Da hat er zu spät reagiert. Da wieder. Und oben rechts ist noch Ruhe. Jetzt greift er an. Jetzt greift er an oben rechts. Wir bleiben aber hier in Bildern, weil hier gibt es gleich mehrere Situationen. Und hier sind sehr, sehr viele Testers. Gut gemacht. Vom Darkoruk. Die bringen ihn hier mächtig. Da vorne. Auch mit den Flammtürmen. Und schön, dass hier ein Sowjet auch seine Technik vernünftig nutzt. Und guckt euch das mal an. Null Problem. Und das hat ihm nichts gemacht. Gejuckt. Das hat ihn nicht mal gejuckt. Da ist er einfach mal ganz erschellt, der liebe Vitala. Und in der Mitte geht es jetzt los. Darko hat schon gesehen, dass der Vitala sich da ein bisschen voran macht. Und gleichzeitig in der Mitte. Oh Mann. Oben noch in lauer Stellung. Noch kein Angriff. Aber dafür hier in der Mitte. Und er kommt hier gut durch der Vitala. Darko hat da nicht so viele Einheiten. Was macht er jetzt? Kommt es drauf an. Ich denke mal, hier unten könnte Vitala das reißen. Und gleichzeitig geht Vitala oben. als auch hier durch die Mitte schon in der Vor- und Position. Da ist ein Tanja dabei. Da sind mehrere Tanjas. Oh, das könnte eine Bombe-Stimmung hier werden. Und hier. Er kommt Darko mit Verstärkung. Könnte sein, dass er es vielleicht schafft. Aber gut gemacht. Der Kanonenturm von Vitala. Und die Tanjas. Mal sehen, ob er die einsetzt. Er hat die Chance, die Tanjas einzusetzen. Das sieht nicht gut aus für die Darko. Ja, jetzt hat er sich entschieden, hier in der Mitte mehr zu verstärken. Der Nachträgst mir noch einige schwere Panzer hin. Und hier oben. Oh, oh, oh. Mal sehen. Ja, er reagiert mit den Tanjas. Das kriegt ihm ein bisschen vor. Gleich auf die Waffenfabrik. Schön gemacht. Von Vitala. Oh, oh, oh. Jetzt kriegt der Darko langsam Probleme. Er hat hier die stärkeren Panzer-Einheiten. Könnte ohne Probleme hier locker defen. Aber er kann sich nicht so zerteilen. Jetzt hat er aber hier unten durch die Verstärkung hier auf jeden Fall die Lage sicher. Nur hier oben wird es jetzt schwierig. Nein. Da greift er nochmal an. Nächster Bauhof down hier von Darko. Und auch hier in der Mitte braut sich wieder was Neues zusammen. Das nimmt gar nicht ab hier. So, das dürfte auch hier Geschichte sein. Da versucht Darko noch was nach vorne zu schicken. Hier muss er dicht halten. In der Base hat er auch noch zwei Panzer, die noch rumwüten. Aber die wüten einfach nur vor sich hin. Keine Reaktion. Und das sieht nicht gut aus. Hier dürfte Darko das zwar noch ein bisschen schaffen hier. Aber hier kriegt Vitaler Überhand. Und auch in der Base. Mein Radar ist gleich weg. Also ich glaube der hat kein Backup. Ne, er hat gar kein Backup. Kein Backup. Also Radar ist jetzt weg. Das kostet ihm jetzt richtig ordentlich die Sicht. Da sind auch mal ein paar Schützen. Einfach platt gewalzt. Und Vitaler. Er ist gut in Form heute. Das sieht man ihm richtig an. Und die Schützen machen sich auch wieder auf den Weg. Von Vitaler. Als Backup. Allerdings der Flammturm. Da muss er aufpassen. Die nimmt er gar nicht so mehr oder weniger weg. Die haben hier schon viele Schützen gekostet. So und jetzt kommt Darko hier richtig unter Druck. Gerade hier war er noch schön am Sammeln. Das ist so ein einziger Spot noch mit dem hier. Aber hier macht sich gar nichts mehr auf den Weg. Nur noch hier. Und hier beruht ihn der letzte Farming Spot hier wegzukippen. Wobei hier auch noch einer ist. Aber der ist extrem weit weg. Ist nicht daran. Ja, weil die Raff da weggefahren ist. Die fahren mal nach unten. Ich denke mal, das wird hier das GG sein. Für den Gitterdach. Boah. Da hat er ihn gelassen. Ja, wir gucken mal rein. Ob er überhaupt noch irgendwas hat. Ein Baufahrer noch. Alles Wundi-Tudi noch. Waffenfabrika da auch noch. Aber ihn gehen langsam die Kohlen alle. Und er hat nur noch eine Produktionsstätte. Hier einmal die beiden hier. Kaserne. Da hat er sogar zwei von. Und eine Waffenfabrik. Ah, und die rechte Base. Auch weg. Hat der Vidalar sich geholt. Der kann es jetzt gemütlich angehen lassen. Der Vidalar. Und der hat noch nicht mal richtig so wirklich krass expandiert hier unten. Er hat zwar das Nötigste so gemacht. Die Raffs. Aber noch nicht mit so einer zweiten Baseball. Da hier hat er nochmal Backup und Tag. Ist auch immer wichtig, jetzt nochmal Backup zu haben als Annierte. Also dann nochmal auf mehreren Positionen rein. Hier nochmal oben rechts. Da oben links kommt er auch nochmal mit Verstärkung. Aber die vielen Tessertruper. Die könnten das noch ein bisschen aufschieben. Die sind sehr robust. Aber sie halten nicht mehr die Zerstörung der Waffenfabrik auf. Das schafft er nicht. Und Honsen macht sich Vidalar auch auf den Weg. Mit seinem Trupp. Mit dem er hier die Base rausgenommen hat. Das was nicht geblieben ist. Also Wahnsinnsspiel muss ich sagen. Von Vidalar. Er ist heute gut in Form. Hat aber auch. Eine bessere Startposition gehabt. Durch und durch. Ist hier nämlich gestartet. Auf der linken Position. In der Mitte. Der Darko ist hier oben. Hat er gar nicht die Probleme. Dass er hinten angegriffen werden konnte. Konnte schon. Aber nicht wurde. Er ist auch super. Er ist so robust. Versucht dann noch verzweifelt. Mit seiner Waffenfabrik zu halten. Aber die Kohlen gehen ja noch alle. Und auch bei Vidalar aktuell. Die Kohle auch nicht auf dem besten Stand. Aber er hat halt deutlich mehr Einheiten noch. Die sich hier. Schon bereits wieder auf den Weg machen. Da haben die Tessatopor noch alles rausgerissen. Aber sowas von. Sind auch alle über die Order gegangen. Und jetzt kommt er. Der Vidalar. Der hat eine Verstärkung. Auch von unten. Kommt auch einiges jetzt nach. Das produziert er. Hat er jetzt auf Master gesetzt hier. Die Waffenfabrik. Kommt auch mal mit der linken Breitseite hier. Keine Chance dafür. Darko. Schönes Spiel. Hat aber nicht gereicht. Gegen den starken Vidalar hier anzutreten. Auch die Option. Das bau eine weitere Brau. Jetzt hinter hinten. Wobei. Nein. Da hat er noch die Waffenfabrik. Hat hier noch mal eine nachgebaut. Jetzt versucht er hier mit der Tessatopor. Das ist ein Problem. Wie wird es der Kohlenkrieg. Jetzt kann er einhalten hier. Die Sammler noch zu schützen. Da kann er zwar noch einiges weghalten. Produkiert auch noch schwere Panzer jetzt. Aber mit Fokusfeier vom Vidalar. Ich würde auch Darko das nicht schaffen. Und so langsam frisst sich der gelbe Zahn hier durch. Oh Mann. Eieieiei. Das ist ein harter Smurf hier. Da hat der Vidalar die Darko. Aber ordentlich einen eingeschenkt heute Abend. Das müssen wir gleich mal hören. Wie er das hier verkraftet hat. Letzte Einheiten werden rausgenommen. So meine Lieben. Blenden wir mal die Tabelle ein. Jetzt sehen wir mal was jetzt hier gleich passiert. Also der Vidalar bekommt noch mal drei Punkte oben drauf. Und nistet sich hinter den Insta ein. Insta hat mittlerweile schon mit fünf Niederlagen. Diese Saison ein paar Einbrüche gehabt. Aber trotzdem mischt er oben noch dabei. Und Vidalar mischt jetzt auch mit 24 Zählern da oben dabei. Und unser Darko bekommt Lost Boy mit 22 Zählern. Und geht an dem Notfallplan vorbei. Hinter Buddy jetzt. Er hat auch schon Positions gut gemacht. Der Vidalar. Aber Darko ist ein sehr, sehr starker Sowjet-Spieler. Da brauche ich nicht zu sagen. Nur die Position denke ich mal auch mit dem Türken. Das hat ihm jetzt so ein bisschen das Genick gebrochen. Er hatte eine ordentliche Stärke. Er war hier an der Front. Hier war. War er nicht stark genug vertreten. Und da hat er sich zu spät drauf konzentriert. Er ist zu weit nach in die Offensive hier schon oben gegangen. Und das hätte er nicht machen dürfen. Denn denke ich mal hätte er das abwehren können. Und wie sich das dann weiterentwickelt hätte. Das steht in den Sternen. So. Das Opening ist hier gelaufen für heute Abend. Das ist hier ein GG für die Vidalar. Ich weiß gar nicht wo die letzte Einheit ist. Wo ist die letzte Einheit? Sag mal ist das ein Spion oder was? Oder seht ihr die? Wo ist die letzte Einheit? Wer findet, darf sie behalten? Wir sehen sie nicht. Ist ja irgendwo... Also ich sehe nichts mehr rotes. Doch da. Guck mal. Weg. Weg ist er. Ach, GG. Komm, wir holen jetzt die beiden. Alles warm. Hi. Hallo. Hi. Na, meine Lieben. Wie war das Match? Chaotisch. Hat nichts geklappt. Ja, das war aber auch echt schwierig, ne? Die Position vom Vidalar war auch mega vorteilhaft. Der ist nämlich links in der Mitte gestartet. Links in der Mitte war das Schweinehund. Ja, das hatten wir am Freitag im Bootcamp das Thema, dass sich das natürlich sehr lohnt, wenn man auf solch einer Position startet. Also wir gucken uns mal eben ganz kurz nochmal die Stats an hier. Da sehen wir auch schon die coolen. Dadurch, dass Vidalar nämlich unten sehr schnell an den Gem fällt dran war, an beiden im Übrigen. Guckt euch das mal an. Da seht ihr schon gravierend den Unterschied. Das ist schon echt heftig. Und das hat dir diesen Boost auch noch gegeben, ne? Ich konnte nicht mal meine Verteidigung aufbauen. Da war überall alles offen. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, die Stärke hattest du, um dagegen anzukommen. Also die hattest du auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ich bin zu kaosisch geworden. Alles durcheinander gewesen. Ich wäre auch nervös geworden, wenn er von beiden Seiten reinkam. Der kam ja von beiden Seiten. Von drei Seiten sogar. Oben rechts. Dein links in die Mitte und dann von unten in die Mitte, ne? Ja. Da hat dann Vidalar richtig einen reingesammelt. Oh Mann, Vidalar, was hast du mit dem Dark Hook heute gemacht? Ja, das soll ja ein guter Start werden in die Rückrunde, ne? Ja, das ist ein richtig guter Start. Also, so kann es losgehen. Du bist jetzt übrigens hinter den Insta. Mit 24 Zählern. Ich glaube, ich habe einmal zu früh angegriffen, oder? Kann das sein? Ja, ja. Ne, Vidalar war das. Du warst das, genau. Du warst das. Oh, das gibt ja noch keinen Punkt. Das ist sogar ein Zero-Point. Ja, das ist egal. Das ist wurscht. Ei, 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 ei. Mal passieren. Da muss ich sogar noch korrigieren. Da kriegt er sogar noch jemanden Lost-Point. Da kriegt er sogar null Punkte. Weil hat er eine gelbe gewohnt, ne? Ei, ei. Ah, vielen Dank für's Spiel. Und auch mal Titi hier, Andi Vidalar. Ja, danke auch.